Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin pumpt weiter. Wir haben ein neues hochgebildet in der Spitze auf knapp 23.900 US-Dollar. Das war gestern der Bereich, den wir uns angeschaut haben, beziehungsweise es war wichtig, wie wir unseren Stunden-Close kriegen. Darüber haben wir gestern im Livestream besprochen. Wie es jetzt weitergeht, das besprechen wir jetzt im heutigen Video. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like, da abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen, wenn ihr irgendwie Bock auf neue Updates habt oder auf Signale, war jetzt in letzter Zeit ein bisschen wenig. Aber es werden wieder bessere Zeiten kommen, nur ich halte mich momentan einfach ein bisschen zurück. Gut, und heute Abend 19 Uhr wie immer oder wie jeden Donnerstag Livestream. Also wer dabei sein will, kommt gerne heute um 19 Uhr dazu. Gut, und jetzt genug Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 23.120 US-Dollar. Wir haben ein neues hochbekommen mit 1-Stunden-Schlusskurs, haben aber auch einen deutlichen Wig hinterlassen mit einigermaßen viel Volumen. Wenn wir das jetzt uns auf dem 4-Stunden-Chart ansehen, ist es nochmal deutlicher ersichtlich. Also da ist viel Short Liquidität reingekommen. Was man auch dazu sagen muss, klar, wir hatten jetzt auf dem 1-Stunden-Chart eigentlich einen normalen Close nach oben. Den haben wir ja gerade gesehen. Wenn wir aber jetzt im 4-Stunden-Chart sind, sehen wir auch dazu, okay, wir haben nicht über diesem hochgeschlossen, wir haben aber auch nicht über diesem hochgeschlossen. Das heißt, es ist für mich jetzt eher so, momentan so dieser Bereich, okay, wir haben uns die Liquidität, die da drüber ist, einfach abgegriffen. Ist sehr, sehr gut möglich. Wir haben weiterhin eine Bearish Divergence, das sehen wir auch hier. Die hat sich jetzt sogar nochmal mit diesem Wig nochmal deutlich verstärkt. Trotzdem würde ich momentan noch Abstand von Shorts nehmen. Wir haben gestern, wer gestern das Video gesehen hat oder gestern im Livestream dabei war, ups, ne, ich wollte auf einen 1-Stunden-Chart, da haben wir drüber gesprochen. Wir haben kein tieferes Tiefgebild. Das heißt, wir haben keinen Marktstructure-Break gekommen. Wir haben ein höheres Tiefgebildet. Dann hatten wir diesen doppelten Boden. Darauf ist es gar nicht jetzt so angekommen. Und dann hatten wir hier diese Ineffizienz. Und das war dieser entscheidende Punkt, wo wir gestern drüber gesprochen hatten. In dieser Ineffizienz war das Golden Pocket. Wir sind drüber gepumpt. War immer noch so ein Kampf in dieser Stunde. Ich glaube, das war um 21 Uhr. Genau, war gestern um 21 Uhr. Haben dann drüber geschlossen. Und das war dann für mich eher das Zeichen, okay, bullisches Zeichen. Die Korrektur ist erstmal abgeschrieben. Und dann kam es halt auch so und wir sind knapp von diesem Level hier 1.000 Dollar nach oben hingepumpt. Klar, es war nur kurzzeitig. Und hier oben hat sich jetzt natürlich auch eine Menge Short-Liquidität angesammelt. Aber wir haben auch darüber gesprochen, diese Hochs sollten eigentlich nochmal abgegriffen werden hier drüben. Das haben wir jetzt hier in diesem Bereich gemacht. Trotzdem, wenn wir jetzt wieder auf dem 4-Stunden-Chart sehen, ist einfach dieser Wig viel, viel zu groß. Und deswegen würde ich momentan in diesen Levels einfach noch abwarten mit Shorts. Weil einfach die Liquidität, die hier drüber liegt, einfach noch zu hoch ist. Und die könnten wir uns einfach jederzeit noch holen. Deswegen momentan noch kein Short irgendwie ersichtlich. Ich würde die Finger davon lassen. Wir sind in einem Abtrend. Daran hat sich fundamental nichts geändert. Unser Short ist übrigens endlich mal draußen. Ich bin irgendwie froh, dass er jetzt zu ist. Und ja, lieber jetzt so und abschreiben und jetzt wieder auf neue Trades anlassen. Und dann schauen wir weiter. So, jetzt blicken wir auf den Daily-Time-Frame. Auch hier kein höheres Hoch. Auch wieder sehr, sehr interessant. Wir haben wieder über diesen Punkten hier wieder nicht drüber geschlossen. Ist nicht wirklich Bombe. Wir blicken jetzt ganz mal ganz kurz auf Walmart Binance. Schauen wir uns das ganze Spiel hier nochmal an. Darüber haben wir gestern mal im Livestream drüber gesprochen. Das machen wir mal ganz kurz weg. So, perfekt. Ja, wir haben kein höheres Hoch gebildet. Das sehen wir auch hier so wieder unter diesem Wigs. Wir haben die Liquidität einfach. Und ihr seht hier auch, da ist eine Menge Liquidität reingekommen auf den Daily-Time-Frame. Wir schauen uns das auch nochmal ganz kurz auf den 1-Stunden-Time-Frame. Da seht ihr auch, auf Binance ist da viel Short-Liquidität. Und das ist eben der Grund. Lasst die Finger jetzt momentan von Shorts. Ich würde jetzt erst einmal hier warten. Wenn wir hier nochmal hochkommen, 23.8 ist möglich, dass wir auch dann gleich Richtung 24.000, 25.000 US-Dollar hochpumpen. Denn hier zwischen ist nicht mehr viel. Wir haben hier drüben noch so einen Wig, der einigermaßen Volumen bereithält. Das wären dann so diese 24.4, 24.2 so irgendwo in dieser Region. Also momentan ist noch kein Short ersichtlich. Wir haben jetzt nicht mehr viel Widerstände über uns. Das Ding ist jetzt, wir könnten Richtung 24.000, 25.000 US-Dollar ohne Probleme. Für mich wichtig, und da gehen wir jetzt wieder auf den normalen Bing-X-Charl einfach rüber, werden wir dieses Hoch hier wieder abgrasen. Mit Binance deutlich weniger Volumen ist das für mich ein klarer Short-Indikator. Dann würde ich eventuell nochmal einen Short probieren, wenn wir einfach nur das Hoch abgreifen, drunter schließen. Also so hoch abgreifen, drunter schließen und dann könnte es runter in Richtung 21.6. Und dann versuchen wir die 25k anzutesten, weil für mich momentan spricht noch nichts wirklich viel für extrem bearish. Die 21.6 bleiben weiterhin so unser Level, wo ich sagen würde, okay, hier können wir unsere Long reinprobieren, weil wir die Ineffizienz hier drin haben. Wir haben das letzte Hoch, das heißt, wir könnten hier nochmal einen schönen Bounce sehen. Die Frage ist, dann kriegen wir da einen Doppeltop rein, kriegen wir möglicherweise hier genug Liquidität für die 25 oder sogar 30k. Das wird sich zeigen, aber für mich ist immer noch wichtig, dass wir eben dieses höhere Tief bilden. Das habe ich ja auch gestern schon gesagt. Außerdem um 14.30 kommt dann noch die PCA-Kernrate, der Preisindex, wird auch nochmal interessant werden. Und weil es noch nicht genug ist, blicken wir jetzt auch nochmal ganz kurz auf den Weekly-Timeframe. Wie sieht es denn da aus? Wir machen nochmal ganz kurz so ein bisschen die Linien weg. Wichtig für diese Woche ist auch, dass wir über unseren letzten hochschließen. Das heißt, die 22.800 US-Dollar wird extrem wichtig sein, dass wir unseren Weekly-Close darüber kriegen. Kriegen wir den nicht, heißt, wir könnten trotzdem jetzt noch in dieser Woche bis 25k hochballern, ist alles kein Problem. Aber kriegen wir keinen Weekly-Close über diesen 22.800, da machen wir jetzt auch nochmal eine Linie rein, damit wir das wissen, dann ist es bearish. Dann haben wir uns die Liquidität abgegriffen und für mich dann einfach wieder die 18 bis 19k sind dann wieder drin in Play. Da unten haben wir noch diesen Bereich, die 18.1 bis, ich sage jetzt mal 19k, dieser große Bereich, ist für mich einfach hier, müssten wir eigentlich nochmal rein. Höheres Tiefbilden, dann hätten wir auch insgesamt auch noch so ein Inverse Head & Shoulders für die Pattern-Trader da draußen. Und dann könnten wir von mir aus gerne in Richtung 30k, wo dann unsere nächste, sage ich mal, größere Widerstandszone auf uns wartet in Form einer Weekly-Supply-Zone. Und wenn wir dann auch noch auf den Daily-Timeframe reinblicken, sehen wir auch, okay, hier oben haben wir die nächste Überlagerung. Wir haben hier oben die nächste Ineffizienz. Und da wäre dann der nächste Halt. Deswegen momentan einfach noch ein bisschen vorsichtig sein, was die Shorts angelangt. Ich würde jetzt momentan einfach nicht gegen den Trend shorten. Den Fehler haben wir jetzt schon mal gemacht. Machen wir nicht. Und ja, das war es jetzt erstmal zu Bitcoin. Kurzfassung, heute warten wir jetzt erstmal auf die PCE-Daten. Hoch sollte meines Erachtens noch abgegriffen werden. Aber Ziel ist dann offen. Ich sage jetzt mal, zwischen 24 und 24.8 ist da alles möglich. Und einen Short da reinzusetzen, sage ich mal, hier oben, müsste dann schon wieder mit 6% Risk einhergehen. Würde ich einfach momentan nicht machen. Gut, dann sehen wir uns Ethereum an. Auch hier, gleiches Spiel haben wir gestern drüber gesprochen. Schließen wir hier drüber über diesen Golden Pocket und der Ineffizienz ist es Bullish. Dadurch sind wir dann auch im Endeffekt weiter nach oben hin ausgebrochen. Wir sind noch in diesem Downtrend-Kanal. Also da haben wir nicht drüber geschlossen, leider. Das machen wir mal ganz kurz weg. Einfach wieder nur die Wigs. Aber auch hier haben wir das gleiche Spiel. Wir haben die Wigs mit sehr, sehr viel Volumen gebildet. Hier seht ihr auch diesen Wig. Hier hoch auf die 1.640 wurde mit viel Volumen gebildet. Das heißt, hier drüber liegt unsere Short-Liquidität. Die sollte sich der Markt meines Erachtens nach noch holen. Und dann ist es auch wieder wichtig, Stunden oder 4 Stunden Close da drüber. Dann kann die Reise auch wieder hoch in Richtung 1.680 gehen. Also auch hier würde ich momentan keinen Short eingehen. Das ist jetzt ein bisschen schade, dass unser Long ausgestoppt wurde eigentlich hier unten. Vielleicht habe ich einen Stop-Loss auch einfach falsch gesetzt. Das war echt dumm. Das ärgert mich jetzt im Nachhinein ziemlich, weil der wäre jetzt schön einfach im Plus gewesen. Aber gut, was wir mal machen. Wir warten jetzt einfach mal hier noch, bis sich das Ganze ein bisschen beruhigt. Vielleicht bis 14.30 Uhr, dass sich neue Setups oder sonstiges ergeben. Aber momentan würde ich erst einmal in keine Shorts oder Longs hier erst einmal reingehen. Wir warten jetzt einfach mal ab. Bearish Divergence haben wir mittlerweile ja keine mehr so wirklich. Wäre nochmal interessant, sollten wir hier nochmal dieses Hoch da oben rausnehmen. Dann ist nochmal die Möglichkeit, dass wir so einen Doppeltop bilden und dann nochmal hier runter gehen in den Bereich der 1.400 bis 1.350. Das ist weiterhin so die Zone, wo ich sagen würde, okay, höheres Tief. Da sollten wir meines Erachtens nach reingehen. Gut, dann war es das von meiner Seite erst einmal. News gibt es momentan keine. Später gibt es dann noch ein Altcoin-Update-Video. Außerdem hören wir uns dann heute Abend um 19 Uhr zum Livestream wieder. Freue ich mich drauf. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen. Und gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ist eure Meinung? Werden wir jetzt die 25.000 US-Dollar-Marke heute vielleicht noch sehen oder über das Wochenende? Gerne unten reinschreiben. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen und wie immer gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen, wenn ihr Bock habt auf Talk und Trades. Das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer.